Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern. Dritte Liga, 2021-2022, dritter Spieltag. FC Fikoria Berlin gegen Kaiserslautern. Entgibnis 4 zu 0. Startelf, FC Fikoria Berlin, Kral. Minz, Levede, Kap, Binikart, Dresen, Jopek, Beker, Kikiki, Kuk, Lukas, Halako. Startelf, FC Kaiserslautern. Krap, Hecher, Tomiak, Singiak, Zug, Götze, Neuhaus, Simiak, Wunderlich, Klinge, Burke, Klinge, Burke, Kleindur, G, Hanslik. Das war's von FC Fikoria Berlin gegen Kaiserslautern. 21 Uhr 2.